Herzlich willkommen bei einem neuen Meditationsabenteuer und heute schauen wir uns wirklich eine Reise an, wo es darum geht, dass du Klarheit in deine Emotionen reinbringst, Klarheit in dein Wesen einbringst, nämlich wirklich, dass du drauf kommst, was wehst gerade in mir, was nehme ich gerade wahr und wie kann ich möglichst schnell aus etwas aussteigen, wenn es sich um Druck oder um Stress handelt oder um Sorgen handelt, wo kommt das her, wie kann ich das am besten lösen, wie komme ich da am schnellsten drauf. Also eigentlich so ein Selbstmanagement fürs Wesentliche, für dein eigenes Wesen. Und da geht es jetzt einfach mal darum, dass man wirklich einmal anfängt, die On-Macht rauszunehmen. Das heißt, die erste Ebene, die wir jetzt machen werden, und da lade ich dich gleich mal dazu ein, dass du deine Augen schließt, mal tief ein- und wieder ausatmest. Und diese erste Ebene, die wir uns jetzt anschauen werden, ist dann mal die eigene On-Macht. Wo kommt denn diese On-Macht her bei dir? Die On-Macht kommt her aus der Kindheit, aus dem, dass du gelernt hast, es gibt immer große Weise, die mir erzählen, was wichtig ist oder wie etwas funktioniert. Also du kommst auf einer Ebene nie in diesen Erwachsenen-Status, in diese Erwachsenen-Energie, sondern es gibt immer noch ältere, größere, weisere Menschen als dich und du kannst dir selbst nicht helfen, denn du brauchst Hilfe. Also schauen wir uns mal diesen Satz an. Wir gehen da jetzt rein mit einer Transformationsenergie. Das heißt, du atmest noch mal tief ein- und wieder aus und stellst dir mal bei deinem Nabelschakra vor, das ist so, mit der Nabelgegenden, ein bisschen unterhalb deines Nabels, dass da ein dunkel-oranges, bernsteinfarbenes Licht einfließt. Also ins Nabelschakra, das ist fast wie ein Honig, kannst du dir das vorstellen, das fließt da wie so ein dunkler Waldhonig, fließt da so Energie in dieses Nabelschakra rein. Und das ist die Energie des Schocklösens und des Heilens des inneren Kindes. Und dieses Licht nimmt sich jetzt genau der Aspekt an, bei denen du Unsicherheit empfindest. Also die Aspekte, wo du Unsicherheit, Unmacht empfindest, das Gefühl hast, jemanden zu brauchen, dass dich jemand unterstützt, genau dieses Gefühl wird jetzt bearbeitet. Und du spürst, dass du mal weicher wirst, offener wirst, ruhiger wirst, wie wenn sich vom Becken aus, vom Nabelschakra aus, wirklich so dein Körper entspannt. Deine Hüfte entspannt sich, dein Steißbein entspannt sich, dein ganzer Beckenboden entspannt sich. Und diese Entspannung löst jetzt auch nochmal sämtliche Manipulationsenergien, die auf der Nabelebene gespeichert sind. Sämtliche Manipulationsenergien, die auf der Nabelebene gespeichert sind, werden nun transformiert und dürfen sich lösen. Da ist so dieses Bewusstsein drinnen, ich bin ja klein, ich brauche Hilfe, ich kann alleine etwas nicht schaffen. Also das ist wirklich so dieses Bild, der Anmacht, das sich hier lösen darf. Deine innere Unsicherheit wird nun stabilisiert und gelöst. Da fließt ganz viel Mut, Sicherheit und positives Selbstmanagement in dich ein. Positives Selbstmanagement. Es gibt keine Situation auf Erden, mit der du überfordert bist. Und wenn es eine Situation gab, mit der du überfordert gewesen bist, dann nur, weil du noch keine Erfahrungswerte mit dieser Situation gesammelt hast. Du erlaubst dir nun, dich nicht als Spezialistin oder als Spezialisten wahrzunehmen, sondern als Lernende und Entwickelnde, als jemand, der lernt und der sich entwickelt. Und um das geht es da, dass du im Fluss bist, in einem stetigen, kontinuierlichen Fließen. Und es geht immer weiter, dieser Fluss und fließt ganz ruhig und klar und bestimmt dahin. Du nimmst dich selbst als Lernende, als Studierende wahr und legst mal diesen Expertinnen-Experten-Status weg. Und das Leben ist so viel spannender mit jungen, frischen, unverbrauchten Augen, mit jungen, frischen, unverbrauchten Ansichten. Du erlaubst dir nun, diese Ansichten willkommen zu heißen. Und da geht es nicht nur um Ansichten, sondern da geht es auch um dein Innerstes, um dein Wesen. Ich werde nie die Expertin oder der Experte sein, die Unendlichkeit meines Wesens erfassen zu können. Aber ich vertraue darauf, dass diese Unendlichkeit gut ist, dass diese Unendlichkeit eine Geborgenheit beinhaltet, einen tiefen Frieden beinhaltet, der mir dabei hilft, klarer und selbstbestimmter zu werden. Und du erlaubst jetzt nochmal, diese Entspannung deines Beckens wahrzunehmen, deiner Hüfte wahrzunehmen. Und du spürst, dass du relaxter wirst, ruhiger wirst. Und durch diese Ruhe und Relaxtheit öffnen sich auch Solarplexus, Herz und Hals. Also die nächsten drei Zentren. Und entspannen sich ebenfalls. Und da werden jetzt alle Manipulationsenergien raus, transformiert. Und du kommst immer mehr und mehr und tiefer und tiefer in deinen Frieden, in deine Entspannung. Und du spürst jetzt die Klarheit, die Kraft und die Würde. Und du spürst auch, dass nun unendlich viel Lebensenergie in dich einfließen kann. Und in dieser Lebensenergie ist auch Heilung, Frieden und Zufriedenheit drinnen. Und aus dieser Zufriedenheit erwächst nun ein tiefer Frieden mit dir selber, in dir selber. Zufriedenheit mit dir selbst, in dir selbst. Tiefster Frieden, tiefste Zufriedenheit. Und in dieser Zufriedenheit merkst du jetzt deine Unsicherheiten, deine Unzulänglichkeiten. Aber du spürst, dass es gut ist und dass es völlig in Ordnung ist. Dass diese da sind. Weil du damit umgehen kannst, auf eine klare, spielerische Art und Weise. Und während du sie betrachtest, diese Unzufriedenheiten, Unzulänglichkeiten, werden diese auch transformiert und entwickeln sich weiter. In dir erwächst eine tiefe, emotionale Stabilität. Ein tiefes Bewusstsein für deine Würde und deine Klarheit. Für dein klares Wesen und dein Dasein. Und sämtliche Einschränkungen, Sorgen und Manipulationsenergien dürfen sich jetzt lösen. Und du spürst nun, wie dieser Stress von dir abfällt und wie eine tiefe, tiefe Sicherheit aus dir erwächst. Und du lässt jetzt diese Energie in dich einfließen. Noch mal Frieden und Zufriedenheit. Diese Heilungs- und Aufarbeitungsenergie. Und du spürst, dass du absolut in deine Mitte kommst. Und du spürst, dass du dadurch auch bewusster wirst, dass du wie Frühwarnsysteme aktivierst, die dir gleich sagen, Achtung, da kommt was auf dich zu, oder dass du da schneller reagieren kannst, bevor es zu deinem Thema wird. Und bevor etwas dich belastet, spürst du, dass du schon Abstand gewinnen kannst und Dinge loslassen kannst. Und dieser Freiraum, diese Freiheit trägt dich nun, stabilisiert dich. Und du kommst immer mehr und mehr in deine Wirklichkeit, in dein Wesen. Und du erlaubst dir nun auch einen Zugang zu deinen Emotionen. Und zwar einen vorurteilsfreien Zugang zu deinen Gefühlen. So dass dein gesamtes emotionales Bild wieder in dir ganz wird und deiner Kraft, deiner Liebe dient. Und spür mal, wie gut sich das anfühlt, emotional nicht mehr zerpflückt, zertrennt zu sein. Und erlaube dir jetzt auf deine Art und Weise, deine Ganzheit zu spüren und die Ganzheit deines Wesens wahrzunehmen. Und du kommst jetzt absolut in deiner Gegenwart an und erlaubst deinem Wesen, dass es sich entfaltet. Sag einfach ganz klar zu dir, selbst in deinem Inneren, ich liebe dich. Ich liebe dich. Und ich danke dir für dein Dasein. Ich liebe dich und ich danke dir für dein Dasein. Und atme das nochmal tief ein. Und wieder aus und nochmal tief ein. Und wieder aus. Und spüre jetzt mal nochmal, wie sich deine lockere Hüfte anfühlt, wie sich diese Kraft, diese Entspannung anfühlt. Und wie es sich anfühlt, ganz in deinem Wesen zu sein, zufrieden mit dir zu sein und das Gefühl zu haben, in der Entwicklung, im Fluss zu sein. Bedanke dich nochmal bei deinen geistigen Helfern und Führern. Und dann komm absolut in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Streck dich mal durch. Bewege deine Arme und Beine. Atme tief ein und aus. Spüre nochmal nach. Und wenn du ganz in mir und jetzt angekommen bist, dann öffne deine Augen. Und du kannst dich dann an alles erinnern, was während dieser Reise geschehen ist. Wie ist es dir gegangen? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Und ich möchte mich auch bedanken bei allen, die kommentieren, bei allen positiven Feedbacks, die ich bekomme auf diese Meditationsreisen. Und all die fleißigen Meditierer, die da draußen sind und Meditiererinnen, also vielen, vielen Dank. Das freut mich sehr, dass auch der Kanal immer weiter wächst. Und du kannst das natürlich unterstützen mit einem Daumen hoch, teile das Video, abonniere gerne den Kanal. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ob jetzt hier auf YouTube, bei einer Sitzung bei mir in Linz oder mal bei einem Workshop. Ich wünsche dir alles Gute aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Ereni. Tschüss, bis nächstes Mal. Bis zum nächsten 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 Mal.